Stirb doch, Mann! Meine Fresse, dieser Typ, verreck, verreck, Mann, ah! Nein, er will aber echt nicht sterben, das finde ich ein bisschen scheiße. Willkommen zu einer kleinen Runde, äh, Gun Game auf dem Funville-Server. Wirklich eine kleine Runde, weil wir nur wenig Spieler sind, deswegen eine kleine Runde. Aber ja, ähm, gewonnen hat der, der zuerst natürlich die Waffe hat, die gute, die guten Waffen. Ich will dich haben, du bist ange... äh, Hau hin. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert bisher. Alles genau, perfekt. So, jetzt haben wir ein Holzschwert, okay. Kann man abgestaubt werden? Ich weiß es grad gar nicht. Du mit deinem blöden Kack-Holzaxt. Man bekommt ein minimal Leben dazu, das finde ich ganz geil. Ja, man bekommt echt Leben dazu, das finde ich, äh, erotisch. Haha, wir leben immer noch, wir haben die Erschwert. Yolo! Oh, schnell wiederbeleben. Ach, wir verlieren, äh, anscheinend auch einen Waffenslot wieder. Wenn wir sterben. Au, ich hab nen Bogen, ja. Ha! What? Ich hab noch was getötet. Come on! Du bist doch mega angerschwächt, oder nicht? Ha! Stock! Stock! Ich hab einen mit nem Stock getötet. Hat die Schärfe? Ja! Okay. Und Flammen. Warum nicht? Haha! Alter, was ist hier los, Mann? Ich hab immer mal Schärfe und Flammen und so. Okay, jetzt hab ich noch meinen Stock. Ja, damit kann man schlecht Leute töten. Muss ich mal ehrlich sagen. Ähm... Shit. Shit, shit. Was? Wo sind die hier am Battlen? Alter. Fuck! Oh nein! Ich hab... Ich brauch einen Fehler nach dem anderen grade wieder. Weißt du, soweit und dann... Am verkacken. Hoch 100. Das ist traurig. Ehrlich. So, jetzt haben wir einen getötet. So, jetzt haben wir noch einen getötet. Ach, das mit den Tränken ist doch Mock. Du musst die ja nur anspammen. Die sterben ja dann automatisch. Haben wir jetzt Platz 1. Ah, wie gut. Ich hab gewonnen. GG. Simpli the best. Mh, mh, mh. Ah, 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 äh, 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 äh. Zweite Runde. Neues Glück. Aber diesmal sind wir mehr. Wir sind 13. 10. So, das ist meine zweite Runde, die ich jemals gespielt habe übrigens. Ich habe eben die erste Runde Gun Game gespielt. Ever, ever, never. Ich glaube, jetzt mal nochmal Willkommen an alle. Nein. Aus. Böse. 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 Okay. Böse, Möse. Einen Tod. Ich habe übrigens wegen dem Intro euch gefragt, was da so abgeht. Die meisten fanden es soweit ganz knorkel. Fuck. Er wollte nicht sterben. Und ja, die meisten fanden das echt soweit ganz cool, was mich freut. Ich habe eine zweite Version 2 zu bekommen. Stirb doch, Mann. Meine Fresse, dieser Typ. Verreck, verreck. Mann, ah. Nein, er will aber echt nicht sterben. Das finde ich ein bisschen scheiße. Ich mit meinem Pümmelholzschwert hier, ey. Ich habe mir was Besseres. Mann, es kann doch nicht weg. Bitte. Ich bitte dich. Danke. Aber es dauert. Okay. Ich gehe mit auf den da. Hatte den Grund, weil ich ihn ja der ranken möchte. Oh ja, ich habe ja übrigens eine zweite Version des Intros bekommen. Wollte dich ja gerade erzählen. Und. Ja. Da sieht man ein bisschen besser die Animation auch mit dem, ähm, dass ich da runterspringe und so. Und eine Rolle mache. Und ja. Fuck. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh, ich habe keinen Fehler gemacht. Gute Sache. Ach, schade. So, jetzt habe ich wieder die, ähm, blöden Tränke. Ah, 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 ah. Wer ist der Typ Hiro Cookie oder so heißt der? Der Arsch. Mann, Mann, ich muss auch was töten. Bitte, hab wenig Leben. Ja, stirb. Ja. 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 Oh, ja. Bäm. GG. Mal wieder. Noch eine, und ich habe die zweite Runde und gewonnen, Leute. Einfach zerstört. Nein, Spaß. Aber das war echt, äh, coole Sache. Ich glaube, ich habe noch eine dritte Runde und ich habe noch eine dritte Runde und die dritte Runde und die dritte Runde. Warte mal. Ist mal eine andere Map hier. Lol, roffelol. Ah, ich muss mich kurz konzentrieren. Scheiße, 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 ich kann nicht mehr reden. Mann, der eine hat einfach mal schon fünf Kills. Wie geht das denn bitte? Mann, los, 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 los. Ich brauche unbedingt Kills. Ich brauche unbedingt Kills. Na, komm, stirb, stirb, danke. Bäm. In your face. In your face. Okay. So. Gute Company heißt der andere. Vielleicht schaffen wir es, den irgendwo mal zu sehen und zu töten. Okay. Oh, ich habe schon wieder die blöden Dings verworfen. Ah, stirb, ja. Ich habe mich selber getötet. Ich bin ein Genius. Nein, das ist meiner gewesen. Osch. So, zehn. Jetzt brauchen wir noch wieder zwei. Das schaffen wir, das schaffen wir, Leute. Lägen die Leute. Na, stirb. Anhand meines Stabes. Nein, okay. Er wollte nicht anhand meines Stabes sterben. Alle anzünden, alle anzünden. Okay. Ah, verdammt. Ich komme gerade nicht weiter. Ich komme gerade nicht weiter. Ah, verdammt. Meine Maus wollte gerade nicht. Sie ist nicht rumgeschwenkt. Ey, ich könnte kotzen. Okay, gegen den schaffe ich das nicht. Ach, verdammt. Wie viel Leben haben die denn? Warum macht dieser Stock dann keinen vernünftigen Schaden? Ah, ah. Okay. Ich brauche echt irgendwen, der anders schlecht ist. Ah, jetzt hat der mir gesnackt. Verdammte Kacke ist das eine Runde hier. Ich komme nicht voran, du. Okay. Einfach strafen, Alter. Snack mir nicht meinen Kill. Ja. Bäm. Alter. Noch die dritte Runde gewonnen. Drei hintereinander. Alter Fall da. Mein Gott, war das eine Runde. Uh. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr ja lasst doch eine Bewertung da, einen Kommentar. Und ich würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Und ja. Schreibt doch mal einfach Kommentarbewertungen. Das war eine Runde Gun Game auf dem. Server hier. Ich will mal. Hey. Ich fliege dir einfach 100 Meter weg, Mann. Ich will was gucken. Gibt es hier irgendwie sowas wie. Score oder. Fußball. Ich will wissen, was ich für Stadts habe. Ich lasse Stadts. Wo sehe ich den denn? Sehe ich den hier drinnen irgendwo? Nee. Papier ich nicht. Hm. Ich hätte gedacht, ich sehe irgendwo meine Stadts. Bis dann. 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 Bis zum nächsten Mal.